ab in den tiefen hallo und moin moin das ist subnautica below zero mit der neuen geschichte packt den weg du musst noch ein paar mehr haben kommt er kommt her ihr fischli kommt das ist ein stein die holen wir uns die tarn super wasser die sehen immer komisch aus in der hand kupfer ja sehr schön moment hoch hoch na ja wir sind nicht weit unter der oberfläche wetter ist wie immer saumäßig abwärts da liegt auch was was ist das das müsste quatsch sein wenn ich das richtig sehe jawohl das war wieder titan das ist auch quatsch hier aber vielleicht brauchen was oder kuckuck du bist mein da ist auch noch was das war kupfer nicht weglaufen ja bis jetzt sind wir noch ganz gesund ist doch eigentlich überraschend oder ein zu überraschend ist das dich ich versuche das wirklich alleine zu spielen definitiv würde ich mal sagen so zack kommit du bist so bezig leid du sollst weg gehen muss doch was anderes in die hand nehmen und ja ich habe noch kein scanner wir müssen schauen ich muss erst mal versorgen 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 bisschen steine holen wir müssen hoch müssen materialien holen wir brauchen auf jeden fall immer titan wir müssen noch mal gucken dass wir schlink diese pflanzen finden da ist irgendwas weg gefressen worden komm mit komm mit komm mit komm mit du kommst mir nicht ich bin schneller als du war dann stein und stein und stein ein konstant so wir haben genug zu essen deswegen packen wir die fische komm ich da rein gleich hier rein trinken brauchen wir noch trinken nein können wir auch erstmal was bin da guckt was aus dem wasser irgendwas rotes auch lustig pflanze ja ist eine harmlose gegend hier wenn man es genau betrachtet so einmal schauen wir haben noch die möglichkeit batterien zu machen ich glaube wir werden noch welche machen oder wir machen noch von diesen kupfer dinge einen kupfer drehten die brauchen wir auch immer schauen wir mal so könnten beides machen könnte nur ein glas machen ich glaube wir hatten nur eins bisher dann mache ich noch mal wie viel haben wir denn kupfer 5 also das sieht man denn da da kann man das wunderbar sehen was man noch hat das sind sechs von diesen geißelkörbchen und das hier fünf kupfer und wir bräuchten aber immer nur eins und zwei von denen das heißt wir machen uns jetzt noch eine batterie so seht ihr eins und zwei da machen wir kupferdraht kupferdraht wir brauchen das zeug um unsere werkzeuge zu machen wir haben in diesem fall keine werkzeuge die lampe brauche ich im moment nicht wirklich was ich bräuchte wäre dieses messer wir müssen unbedingt silikon gummi herstellen silikon gummi können wir aber nur aus pflanzenteilen machen jetzt weiß ich nicht damit wir auch flossen machen können ok das war was haben wir hier leider hätten wir nur noch das ok ich muss überlegen ich habe ja hier auch noch keine richtungsangaben und so quatsch da ist die tür einmal kurz irgendwie müssen irgendwo pflanzen finden da da unten aber ich kann die doch gar nicht ernten ohne messer moment glaube ich weiß was ich brauche ah die kleinen diebe sind auch hier wir sollten mal zu dieser moment ich muss mal kurz da oben luft schnappen wir sollten mal zur notfall zum vernotversorgungslager das wird man vielleicht schon mal am anfang machen sollen ok so ups einmal hier ah da ist was wir gesucht haben jawohl damit haben wir neue baupläne jo also haben wir müsste erstmal reichen das ist nur salz ah nee wir müssen unbedingt hier die gegend absuchen wenn wir ich glaube die sind sehr groß diese sachen ja ich gehe schon hoch so da ist das notfalllager ok da gehen wir jetzt hin ah ich glaube hier konnten wir immer luft tanken da war eben irgendein fisch ich glaube den mag ich nicht warum au 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 was hat mir hier weh getorn du böser fisch du oh diese diebe sind hier auch wäre ja auch zu warm zu schön um wahr zu sein meine ich wo ist denn dieses lager da ist das ich habe das so eben noch auf der bauten hier das ist die kapsel ich muss noch mal hoch da ist da ist es doch da müssen wir hin hier sind überall so kleine da kann man da kann man luft tanken seht ihr tauchfläche habe ich eine tauchfläche nochmals luft tanken eigentlich möchte ich jetzt hier nur drumrum und zu meinem notfalllager buch man ist das kalt hier und dunkel ich weiß immer noch nicht wo mein achter 87 ich glaube wir sind gleich da wenn hier nicht der berg gewügt wäre da ist es riesen loch für scheiße ich gucke mal dass wir kriegen was wir kriegen können was haben wir denn hier pda ja frederick lachau lachau oder so ähnlich ah kompass das ist sehr schön was haben wir da oh mit geht cool drei oh moment ja ich muss nur kurz mal gucken was das ach was soll ich denn jetzt damit ey willst du mich jetzt verscheißern tsch wieso habe ich denn nein macht sollte vielleicht doch mal licht machen ne ok noch mal runter kann ich das wieder ausmachen jetzt ja das haben wir leer das ist offenbar auch leer das ist hier das scheint nichts drin zu sein ich kann hier was nicht entdecken oh warte mal mit dem ding hier ne da ist definitiv nichts da ist auch nichts mehr da ist noch eine ok was habe ich denn bekommen das ist ja ganz drin oh oh schnell hoch ok nochmal runter gucken da ist noch irgendwas moment ja wir wissen hier wahrscheinlich sowieso oh ich hab mein inventar voll so ein scheiß ich weiß die mal raus hier liegt einiges rum was wir holen können ok was ist da nochmal quats also hier müssen wir nochmal her das hilft nichts ja gut dann werden wir jetzt erstmal nach hause schwimmen und äh den Scanner haben wir ach den Scanner den haben wir doch schon lass mich in Ruhe du böse ist er noch da oh der Scanner ist noch da mal gut dass ich den sofort wieder aus der Hand genommen habe die sind nämlich ganz schön fies diese Viecher ja das ist eine kleine Diebe ups da ist auch was oh hier kommen wir müssen wir unbedingt her gut ab nach hause wir schauen erstmal achso wir wollten das Messer bauen genau jetzt weiß ich es wir müssten dann ja aber wie kriege ich denn ach ich glaube ja Moment Moment ich versuche das mal hier zu klären das Silikon wird glaube ich aus diesen Pflanzen gemacht genau deswegen haben wir die ok und das Gefaser müssen wir später mit dem Messer ernten so war das genau ja wo ist denn jetzt das ist das Notfall lange da müssen wir hin kann ich denn noch was mitnehmen nein ok das ist ein großer Berg hier so versuchen wir hier mal durch zu schwimmen ja das geht und dann bauen wir uns auch den Kompass damit wir die Richtung ein bisschen haben ja Spock würde jetzt wieder sagen nutzt sein Gedächtnis oder so ähnlich weißt du nicht mal die Richtung nein ich weiß die Richtung nicht ich kann mir das nämlich nicht merken hallo komm mit du he he du kommst nicht weg nö du kommst nicht weg ja ja wir sind schon da rein da luft 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 ok wir machen schnellen wasser so was ist das denn fahrtfinder werkzeug platziere scheiben um den weg zu markieren so fällt der rückweg leichter ja ne wir brauchen erst silikon das haben wir schon die lampe ist im moment nicht so wichtig da ist das silikon mindestens das eine damit wir das besser bauen können ja sehr schön haben wir sogar zwei bekommen wir haben glaube ich genügend davon wir machen mal vier ich glaube das brauchen wir im moment für nichts anderes gut da aber können auch die flossen machen super dann haben wir etwas öl 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 brauchen wir auch aber wofür weiß ich nicht mehr ich mach das mal kann ich noch einmal öl machen äh glas hatte ich schon zweimal ne ja ja das sieht gut aus jetzt könnten wir das messer bauen ja moment das war hier ne jawoll das messer ja so schlecht ist mein gedächtnis doch nicht die flossen jawoll ähm brauchen wir zwei nö brauchen wir nicht die lampe ja guck mal das glas ich brauche im moment keine lampe oder ne da verbraten wir nur die batterien für ok im moment brauchen wir die einfach noch nicht im moment was haben wir hier hier haben wir nochmal das und hier hätten wir nur einmal glas das haben wir wir haben auch die flossen ich nehme die jetzt mal raus die sachen ähm wo mit da ne also das messer ist fertig wo sind die flossen da sind die flossen was brauchen wir da noch ah da braucht man das Fasergewebe genau da möchte ich den auf jeden Fall schon mal anpieksen den scanner haben wir ja auch schon das messer haben wir eigentlich jetzt auch genau so unser nächstes projekt das wäre das mit dem kabelsatz das haben wir glaube ich schon gemacht Batterien könnten wir noch machen das haben wir auch genau ok äh medikit ne moment doch das war richtig wir müssen das nur umschalten so brauche ich nicht ah wir haben aus der einen Kiste einen Nährstoffblock geholt ok wir haben Kabelsatz hm was war das jetzt was ich brauche Fasern ne genau wir brauchen die Fasern und für einen Kompass brauchen wir doch wieder Silber weil wir müssen wieder diesen Block äh den erweiterten Dingensbums machen hier na wo ist er denn da war der vorhin noch da äh Kabelsatz Kabelsatz wo ist er mein Kabelsatz bin ich blind ich sehe den Kabelsatz ne oder ist er schon draußen ne da ist er doch ne hm da braucht nur Silber meine ich verstehe ich nicht das ist hm der Kabelsatz ist nicht da der müsste ich ja eigentlich äh Moment jetzt bin ich etwas durcheinander ich gucke mal ob wir noch einen haben aber wir haben ja keinen oder hatte ich den unten rein getan wir haben Batterien wir haben hier eine Batterie aber wir haben auch ein Gerät wo ist denn mein Messer das kommt jetzt schon mal hier hin so das lasse ich jetzt mal hier äh das lasse ich auch hier das Öl brauchen wir im Moment auch nicht wir müssen ne wir müssen was trinken die Geiselkölbchen können wir auch später verwenden das lasse ich hier das 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 Quarz lasse ich auch hier das machen wir auch erstmal das hier rein wir müssen unbedingt Fasern holen dann kommen wir auch weiter das lassen wir hier das bleibt auch hier so wir haben ich mache mich immer so leer wie möglich ich also so wenig mitnehmen wie möglich ok das trinken wir kurz speicher auch nochmal das war eigentlich wieder nur vertippt ok versuchen wir Fasern zu bekommen ich meine dass das in die Richtung war ja ja genau eigentlich vor der Haustür sehr schön ja guck dir das Messer noch nicht stundenlang an ist doch gut und dann steckst du noch die Finger da durch die oh man ey jawoll wir haben einen Bauplan komm wir mit wir brauchen das hallo das ganze Ding will ich haben so welchen Platz haben wir noch das muss sofort verarbeitet werden ja ups weg damit hallo essen essen jo und das war aber in letzter Sekunde war jo ich habe wieder mit dem Essen rumgefummelt so wir brauchen Gewebe und wir essen auch schnell nochmal einen Happen das war echt knapp gerade ja wieviel können wir denn herstellen ich glaube wir können vier Stück die machen wir auch gleich weil das Zeug vergammelt man kann es auch glaube ich essen aber wir brauchen davon sowieso immer mal was so ok noch ein ja super das können wir gleich wieder rausnehmen wir können die Sauerstoffflasche machen wir brauchen nur das Titan was habe ich hier noch Medicate Fasergewebe habe ich doch gar nicht mehr oder doch achso das wird immer aus dem weißen dann gemacht ja ok nein geh raus das wird aufgegessen wir haben fünf Stück das ist schon mal nicht schlecht immer diese Escape-Taste Leute das habt ihr nicht gut hingekriegt ich musste ich glaube ich woanders hin machen ich überlege doch gerade wohin äh was wollte ich machen ich wollte Titan holen wo ist denn das Titan wie viel brauche ich ich glaube zwei keine ne jawohl jawohl jetzt können wir nämlich eine Flasche machen eine Sauerstoffflasche jawohl ja oh wir haben das Reparaturwerkzeug freigeschaltet das brauche ich aber im Moment nicht und eine Signalbrüche ui so was haben wir denn hier noch warum ist das gemacht ah genau hier haben wir den Kabelsatz der Kabelsatz das war das mit dem Silber ja ich glaube den werde ich mal aktivieren Moment ja ich das sind meine technisch Stützen so den lassen wir jetzt mal hier der Computership was brauchen wir denn da Gold Tischkoralle und Kupferdraht Kupferdraht haben wir hier haben wir aber schon gemacht den habe ich dort das brauchen wir nicht das brauchen wir alles im Moment nicht die beiden Teile was wir bräuchten wir dieses ja das haben wir nicht wir haben kein Werkzeug gekriegt abgestürzt und kein Werkzeug ok der Kabelsatz den lasse ich jetzt da mal eine Weile auf der Rechenseite stehen weil Silber ist hier nicht so häufig wenn ich mich recht entsinne das müssen wir also da können wir immer gleich sehen wie viel Silber wir dabei haben ich hoffe wir kriegen ab und zu was wir können aber das Gewebe schon mal rausnehmen wieder das war glaube ich hier oben der kann raus den haben wir den darf angepinnt nee den haben wir nicht angepinnt die Batterie die Batterie das Kupfer und Geiselkörbchen äh warte mal ich wollte noch mal was gucken das Gerät habe ich noch nie gespielt hm nee lassen wir wir wollen uns Titan Vorratsbach aber hier kein aber kein Titan hier drin ach so wir müssen an den Fabrikator ja nein wo ist denn mein Titan ich hab doch Titan oder nicht seht ihr das meine ich mit Gedächtnis nein ich hab natürlich kein Titan ich hab das unten in die Kiste ne also mein Gedächtnis mein Kurzzeitgedächtnis wohlgemerkt ist nicht immer perfekt zwei ich glaube wir können einmal herstellen jawoll ja Fabrikator oh ja bitteschön super wir haben eine Flasche auf jeden Fall äh äh der Kompass ist ein Kupferdraht und Kabelsetz Kupferdraht haben wir noch nur den Kabelsetz haben wir nicht da ist Kupferdraht das können wir auch das können wir auch hier erstmal rein tun ach so da müssen wir mal gucken wo wie war denn das das ist eine andere Farbe ich möchte das grün haben das auch ähm Bilder äh uff wir haben noch keine Bilder ah ja hier ist wieder was zum lesen Notfallspeicher in der Nähe entdeckt ja das haben wir lebenswichtige Baupläne hinzugefügt naja okay gut wir schauen hier nochmal bei den Daten äh ja äh ich glaube wir sollten uns erstmal um die einheimischen Tiere kümmern das ist hier die Schlingpflanze eine Seetangart die sich in großen Wäldern konzentriert und in seichten Wasser mit sandigen Böden vorkommt lockere Wurzeln verankern die Pflanze im Meeresboden von wo sie stetig im Streben nach Sonnenlicht in Richtung Wasseroberfläche wächst der Strung ist faserig und reich an Eisen das macht ihn sowohl zu einem brauchbaren Rohmaterial für die Herstellung von Textilien als auch zu einem Grundnahrungsmittel ah ja kann man essen Beurteilung lebenswichtiger fremder Rohstoff essbar Verwendung als Baumaterial okay gut das schauen wir uns später an ich mache erstmal Schluss für heute bitte euch nehmt doch ein Abo vielleicht wenn ihr noch keins habt und äh ja schlagt die Glocke damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst und ansonsten bitte den Daumen hoch Dankeschön Tschüss Jörg fr NGOs iks ky Te